Hallo und herzlich willkommen ihr Höhlemenschen da draußen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Meine Brüder und Schwestern, wir befinden uns hier in der Amenokirche. Und hier haben wir, Höhle, okay, don't know, so ich diesen Effekt hier habe. Auf jeden Fall Leute, befinden wir uns hier als Messdiener in der Amenokirche. Und ja, hier wird unser Arbeitsplatz sein jede Woche. Als Messdiener haben wir natürlich die Aufgabe, jedes Mal das Brot zu verteilen und das Geld einzusammeln, sowie dem Pfarrer dann schön den Kelch zu überreichen. Dann habe ich heute noch ein paar Leute gesegnet, unter anderem auch Herr Bergmann. Den muss ich natürlich noch segnen für seine neue Nachrichtenagentur. Und ja, ich muss schon sagen, ich werde jetzt immer mal wieder ein Auge auf so ein paar Mitmenschen hier werfen. Und dazu hat mir dann Herr Bergmann seine Kamera geliehen. Denn damit kann ich dann immer schön alles aufzeichnen, was hier in der Stadt so vorhanden ist. So, gut, dann möchte ich euch jetzt noch ganz kurz Neuerungen zeigen. Und zwar habe ich hier einen neuen Briefkasten. Der sieht jetzt ein bisschen stylischer aus, wenn ich hier, oh, nee, das wollte ich gar nicht. Wenn ich hier auf den Briefkasten gehe und hier den Knochen reinmache, oh, dann ist der Knochen weg. Wo ist der Knochen nur? Der Knochen ist dann hier. Ja, auf jeden Fall ziemlich swaggy. Und genau, was ich auf jeden Fall mal einsprechen wollte in der letzten Folge, hat ja jemand geschrieben. Äh, du fängst alles von IO. Moment, ich gucke kurz nach, wie die Person heißt mit diesen schönen Tutorials. Der heißt, ähm, Kuhfarm. So, die Person heißt nämlich IOSA100. Und dann wurde mir gleich vorgeworfen, boah, du fakest den ja voll. Leute, bitte. Wer auch immer sowas geschrieben hat. Es tut mir manchmal leid, dass Dummheit wehtut, aber da muss ich wirklich sagen, das ist einfach nur eine dumme Aussage. Der hat ein Tutorial gemacht für uns und nicht für sich, damit der zeigt, guck mal Leute, was ich da schönes gebaut habe. Er hat ein Tutorial gemacht, wo man sehen kann, wie er das gebaut hat für uns, damit wir das nachbauen können. Wer das nicht begreifen kann, der muss wohl nochmal ein bisschen im Logischkurs teilnehmen, weil, keine Ahnung, Also, das war einer der dümmsten Aussagen überhaupt, dass ich das gefakt hätte. Aber gut. Ich glaube, da hat jeder auch seine eigene Meinung dazu. Und genau, die gucken, hier könnten wir erstmal verbrennen. So. Und das ist Bio2015. Hat mir auch jemand auf Twitter geschrieben, dass ich hier qualvoll Tiere sterben lasse. Obwohl, Leute, das ist, das ist einfach nur, das ist einfach nur Modernisierung. Modernisierung der Bio-Produkte hier. Ich lasse jetzt mit Absicht das Wasser an, damit die Kuh da oben nicht runtergespült wird, die kleine. Damit die erwachsen wird. Jetzt habe ich dann da oben nämlich schon vier Kühe. Und, ja, genau. Hier hat sich noch nichts getan, weil hier habe ich noch kein Village reingebracht. Und, ja, gehen wir einfach mal hoch. Denn wir haben wieder ein bisschen Quarz, den wir dem Debitor geben können. So. Zack, zack. Ne, das ist weiße Wolle. Habe ich hier noch Quarz? Ja, genau. Und, ich glaube, das war's. Okay. Perfekt. Weil ich bin jetzt so ein bisschen sein Lieferant, ne. Und, wie ihr seht, haben wir jetzt eine Full-Deer-Rüstung. Das ist ziemlich nice. Außer der Helm fehlt uns noch, aber der hat Schutz vier. Deswegen ist das schon ziemlich fresh. Und, ja, jetzt gucke ich mal, ob Debitor zu Hause ist. Ey. Mr. Debitor, sind sie zu Hause? Hm. Oder er baut da unten. Ich weiß es nicht. Ne, in der Umgebung. Okay. Ich hinterlasse Ihnen Quarz im Briefkasten. Zweieinhalb Stacks. Zack, 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 zack. So. Dann können wir ja doch mal weitergehen. Haben Sie Dank, Herr Bombs. Das werde ich haben. Und, ja. Jetzt gucken wir gleich mal in die Farm-Bild. Gucken wir gleich mal in die Farm-Bild, liebe Freunde. Ob wir hier, ähm... Ob wir hier schon eine Bootskiste haben. Denn wenn nicht, dann mache ich auf jeden Fall mal eine. Und was auch ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, ähm, ist, welchen PC ich habe. Und mein PC steht in der Videobeschreibung, Leute. Da ist ein Link. Und da könnt ihr einfach drauf gehen. Und dann seht ihr, weil das ist ein kompletter PC, den ich auf Amazon gekauft habe. Und da könnt ihr das sehen. Okay. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann ist es ein kompletter PC, den ich auf jeden Fall habe. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann werde ich jetzt aber auf jeden Fall gleich einen Weg zum Festland machen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, den Weg zum Festland zu machen. Und ja, ich finde es echt sehr nett von Herr Bergmann, dass er mir hier die Kamera geliehen hat. Beziehungsweise eine zweite Kamera gegeben hat. Die ist ein bisschen billiger, aber die erfüllt ebenfalls ihren Zweck. Und das finde ich schon, schon echt sehr nett von ihm. Damit kann ich jetzt natürlich auch jedes Geschehen, was hier in dieser Stadt so passiert, wenn er gerade nicht da ist und filmen kann. aufzeichnen kann, wie es ein guter Reporter natürlich auch macht. So, dann gehen wir jetzt wieder in die andere Stadt. So, perfekt. Genau. Ich könnte eigentlich hier mal gucken, dass mir hier so viele Fragen gestellt wurden. Ja, man hat gestern auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr, sehr müde war. Ja, ja, also ich war gestern schon total so halb am Einschlafen und keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie nicht so mega fit gefühlt. Das hat man auch in der Aufnahme gesehen. Aber, ähm, die meisten von euch haben da eine gute Rückmeldung dagelassen. Von dem her ist mir das egal. Aber heute bin ich wieder ein bisschen fitter drauf, Leute. Und eigentlich wollte ich ja heute mit Videosdude aufnehmen. Aber wo ist er? Wo ist denn der Minusdude? Der ist, der ist weg. Der ist, der ist im Urlaub. Super. Und deswegen kann ich heute wieder keine Folge mit ihm aufnehmen. So machen wir den Weg gleich zwei breit. Ihr seht, ich mache immer gerne so, ähm, Sachen für die Stadt. Weil ich mich irgendwie auch dazu verpflichtet fühle. Weil wenn das keiner macht, dann muss es ja irgendwann mal einer machen. Und das bin dann gerne ich. Weil ich muss sagen, ich mache sowas eigentlich gerne. Und ist ja im Prinzip gut, wenn man damit dann irgendwie die Stadt unterstützt. Und hier kann der Stein ruhig so hässlich sein. Weil die Farmwelt wird ja sowieso jeden Tag wieder resetet. Von dem her ist das kack egal. So. Eine Bootskiste. Ich weiß nicht, ob wir eine aufstellen sollten. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Ach, übrigens, ich habe gestern fünf Diamanten bezahlt. Und habe Takashi da ein Buch abgekauft, damit ich endlich jetzt eine Glück-3-Spitzhacke habe. Weil ich habe ja auch schon, ähm, von Sandoron eine Glück-3-Eisenspitzhacke abgekauft. Die ist mir aber kaputt gegangen, weil ich da nicht drauf geachtet habe. Und ich ihm nicht die ganze Zeit Level gefarmt habe. Ich wollte einiges an Quarz haben. Super Glück war drauf. Oh, ganz verpeilt. Scheiße, die Spitzhacke ist kaputt. Geil, und konnte sie also nicht mehr rechtzeitig reparieren. Und somit ist das alles passiert. So, jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz. Was hier so abgeht. Ob es hier irgendwie irgendwas Besonderes gibt. Jetzt wird es langsam Nacht, da mache ich wieder mal den Shader Rouse. Deswegen sich wieder alle auch so, Ey, Bumstorgi, es ist so dunkel, ey. Der ist voll gemeint von dir. So, gucken wir einfach mal, was hier alles so Schönes gibt. Also hier haben wir mal Fichtenholz. Die haben wir aber in unserer Stadt auch. Wir bräuchten aber eigentlich ganz normales Holz. Aber das scheinen die nicht hier zu haben. Das ist ein bisschen schade. Pferde haben wir hier auch. Ich glaube, die kann man noch nicht transportieren. Äh, Moment. Ich baue mich mal ganz kurz ein. Oh. Okay. Ähm, Safirian kann man Pferde schon transportieren. Weil sonst würde ich in der Folge ein Pferd mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das schon geht. So. Hallo. Du stippst jetzt. So, erstmal weg hier. Och, guck. Genauso eins hätte ich gerne. Ja, mit der Kutsche. Hey. Ne, bitte. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, der trollt mich. Das ist echt sehr gemein. Weil man kann ja, und ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht die ganze Zeit Musik. Denn mein lieber Stiefvater hat sich gedacht, ja, er dreht einfach mal neben mir hier im Zimmer einfach mal mega laute Musik auf und geht dabei richtig ab. Finde ich nicht so geil. Aber was soll's. Und ich renne schon wieder nur rum. Deswegen disconnecte ich jetzt und connecte wieder. So. Erstmal auf den Server gehen. Zack. Jetzt gucken wir, was könnten wir denn noch Schönes machen in dieser Folge. Ähm. Ich könnte natürlich auch mal wieder irgendwas sehr Produktives machen. Ah, genau. Ich weiß noch, was ich machen kann. Wir könnten jetzt noch zum Abschluss die Bäckerei wieder etwas auffüllen. Weil ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass die sehr oft genutzt wird. Und das ganze Brot, der da schon weg ist. Das bedeutet, ich muss das jetzt ganz schnell wieder auffüllen hier. Und... Zack. Erstmal rein. Und haben wir hier irgendwo ganz viel Weiz? Nein. Nein. Das Brot wird mir hier ja aus den Händen gezogen. Wie wenn es irgendwie was ganz... Ähm. Okay, Saphiren hat geschrieben. Nein. Gut. Ja, dann kann man es jetzt noch nicht transportieren. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Aber ich freue mich, sobald es möglich ist. Äh. Zack, zack, zack. Zack, zack. Perfekt. 21 Brote. Sind jetzt nicht so mega viele. Aber dafür, dass man die Stadt gratis versorgt. Ey. Komm. Leute. Macht auch nicht jeder. So. Und weil ich jetzt schon wieder fast aufstoßen musste, äh, aufstoßen musste, ähm, muss ich euch einfach mal sorry sagen für die... bei der vierten Folge habe ich ja einfach total vergessen, mein Rülps rauszuschneiden. Da stand ich nämlich genau hier. Und irgendwie, ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann musste ich irgendwie so ein bisschen rülpsen und dachte mir so, ja komm, da schneide ich eh raus. Haha, geil. Nur, dass ich es vergessen habe, habe ich dann leider nicht mehr gemerkt. Und zack, war der Rülps auch schon drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, gut. Ich würde sagen, das war's. Ich würde sagen... Ich sag die ganze Zeit, ich würde sagen. Aber ich würde sagen, das war's. So, machen wir nochmal für den Abschluss wieder den Shader rein. Und gucken einfach unsere schöne... Nee, wir gehen hier in den Steg und machen so... Wow, it's so beautiful. It's true. Wie gesagt, Leute. Euer Priester ist hier. Wenn ihr gesegnet werden wollt und ihr irgendwann mal auf den Server kommen solltet, ihr könnt gerne zu mir kommen. Ich werde euch taufen. Und ich wünsche euch somit... Der Shader backt. Ich wünsche euch somit einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, haut rein. Macht's gut. Und tschau. Tschüss. Tschüss.